Das steht bis erst in zwei Minuten an, oder? Genau. Ja, aber ich glaube, das... Also das hier hört man schon, aber erst in zwei Minuten. Das hört man aber in zwei Minuten erst. So, ich bin gleich wieder da. Jungs, ihr singt ein bisschen, haut rein. Aber keine bösen Wörter sagen. Ich bin gesinkt mit einer engelsgleichen Stimme. Country roads, take me home, to the place I belong. West Virginia! Warte, wir müssen jetzt den Bumper machen. Adrian schreibt, bin wir des 99 Damage Games weg, der Dumba. Was würde Jan jetzt noch antworten? Idris! Bleib hier, Mensch! Idris, bleib hier, Mensch! Das ist wenigstens Traumann, ey! Vortax, sick. Sick Dallan! Äh, heißt das nicht, ähm... Das ist schon eine Beleidigung. Leute, Kinder... Sick Dallana ist so viel wie... Das ist aber eine tolle LAN-Party, die ihr hier betreibt. Ah, ja, ja... Gut gerettet. Wabbla, wenn wir jetzt einen eigenen Server haben durch Seppel, können wir die Intents dann darauf machen. Kenne da ein paar coole... Ähm, ja! Das, genau das haben wir vor, sanse! Genau das haben wir vor! Aber da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, oder? Ich sag euch schon mal einen kurzen Teaser, also... ähm... Er hat noch einen besseren Deal raushauen können, und zwar 55 Euro im Jahr für einen Server mit unbegrenzt, äh, RAM und 16 Slots. Ähm... Er übernimmt, also er sponsert 5 Euro dazu, dann wären es nur noch 50 Euro dann. Also das ist ja schon mal nicht übel, oder? Ähm... Damit es vorankommt, lege ich es einfach hin, wenn auch jemand was draufzahlen will, kann er das natürlich gerne machen und sagen, hey, yo, hier ist noch irgendwie ein Fünfer von mir, Pipapo für den Server. Dann kann man das dann gerne machen. Aber da... Da ich will, dass es halt sobald wie möglich geht, werde ich Seppel mir dann das Go geben und ihm einfach dann 50 Euro zusenden. Ähm... Weiß nur noch nicht wie. Aber... Da wird sich schon ein gewöhnlicher Weg finden, Paypal oder sowas, oder per, was weiß ich wie. Und dann, bam! Wie die Lüftungsrohre da am Glänzen sind, sind die Eis... Die sind Eis out, Sanzas! Sieht man das? Achso, ja, Ausrufezeichen ready. Also am Anfang die Bomben alle nach ganz vorne durchgeben, und der vorderste macht einen Windpush, der Rest versucht natürlich nachzukommen. Sebi nimmt die Bombe und läuft durch. Daki, gib Sebi mal die BIM. Ab jetzt ist Sebi dann der IGEL. Ja, ich bin dabei. Bin dabei. Einer down. Ja, jetzt chillt, wir haben die Bombe. Hois! Sehr gut gemacht. Wollen wir Outside oder Ramp? Ich höre für Ramp. Ramp. Ja, dann MPs hoffen. Obwohl wir natürlich auch Outside spielen können, solange die keine AWP haben, das ist auch gemütlich. Ja, das sollten wir auch. Dann lass... Ja, lass lieber Outside gehen, genau. Ja, lass lieber Outside gehen, genau. Gut. Aber einer muss von unten bleiben bei der BIM für alle Fälle. Ja, hab's gecheckt. Perfekt. Perfekt. Mit mir Dudes. Oh, aber ich hab trotzdem nicht viel Geld. Ja, dann will ich nochmal ihr Kunden. Ja, lass Ramp einfach helfen. Okay, läuft. Rampi bombolenti. Oh, nice. Da ist einer! Hat ein bisschen was genascht da unten. Nice. Okay. Lass da euch... Nimm die Waffe mit. Ich geh einfach nur auf den Fälle. Beide sogar. Nice. Keine Ahnung, man. Beide pushen gleichzeitig, man. Rein da, rein da. Nice. Nice, man. Nice. Was war mit denen, Alter? We lost, lost. Easy game. Richtig geil, ey. Warte, Larry. Warte, Larry. Warte, Larry. Warte, Larry. Warte, Larry. Warte, warte, warte. Ich bin unter dir. Warte kurz. Ich flusche einfach mal. So ein bisschen um die Ecke, nicht runter gucken. Ich nade mal. Ich molle bei Red. Und ich versuch mal die Ecke. Die Bombe so ung... Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist. Ich leg die Bombe hier hin. Wann guckt? Ramp. Wo liegt die Bombe? Jungs, B ist komplett... Ramp ist komplett offen. Ja, ich komme hin. Was? Ich wollte die Wände, Larry. Warte. 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 Ich geh wieder Richtung. Au. Bei mir im kleiner... Okay. Das wars. Sehr schön, Jungs. Mann. Kannst du die auch wegnehmen vielleicht? Ja. Ich kann doch nur oblegen. Warte, Snesel. Du hast doch Geld. Kaufst du selbst, Snesel? Okay. Ich bin der Backstabber. Entschuldigung. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, warum Darkie unbedingt Raummusser am Tisch weg ist. Wenn man die noch safe von hinten klatschen kann. Viel besser, viel viel besser. Besser als, und erstens, und zweitens auch besser als Mirage, würde ich sagen. Das ist ja nicht schlimm. Also, ich finde es nicht sehr tragisch, also es geht ja, ähm, es geht ja gut. Hicking, Hicking. Ich habe mit der Bombe gesehen, so ungefähr. Larry, wenn die dich sehen, die Gegner, wenn dich die Gegner sehen, dann sind sie irgendwie kurzzeitig behindert. Das ist, weil nicht so schön aussehen. Oh, der ist der schöne Larry. Oh, Larry, das würde ich missen. Echt, äh, uff. Hier, links hier oben drauf. Auf die. Woo! It was fucking amazing! Bestes Spiel von Level her.